Willkommen zu einer neuen Folge MW2 und heute sogar mit dabei der Marcel, wie immer, der Feldo, der Kilian und wer war jetzt immer neu? Leon. Genau, Leon und Feldo, weil ich es nicht gerade vorgelesen habe. Ja, egal. Ja, der gehört dazu, aber Feldo lese ich meistens nicht vor, deswegen doppelt passt schon. So, egal. Ausflug zuweisen, 3, 2, 1, jetzt. Nein, ich wollte meine Cluster ändern, scheiße. Hab ich vergessen. Und wieder muss ich die erste Runde sein. Oh, gräppig. Noch mal starten. Ja, bitte, das ist total unfair, Mann. Nein, nicht deswegen, sondern wegen Dings, weil nur einer da, einer lebt. Ja, ich weiß auch gerade nicht. Man hätte erst auch über zuweisen. Ja, wir machen das. Juhu, ich bin Scheiße. Scheiße, kein 12-0. Das kriege ich auch noch hin. Übrigens, sorry, wenn es jetzt eine Folge gelegt haben sollte oder so, aber ich habe jetzt mal ein bisschen was runtergesteckt bei mir am PC. Vielleicht funktioniert es ja jetzt besser. Ich weiß schon. Was? Oh, Hang 12. Ich weiß, dass er nicht so ein Blut im Boden ist. Oh, oh, oh. Ach ja. Meine Maus war ja kaputt. Alter, da sitzt er dann im Tunnel drin. Ich habe ja kein Rechtsklick mehr. Alter, ich kann gar nicht die Hand visieren. Er macht bei mir immer automatisch Doppelklick. Hupsch. Hupsch. Hala, hala, hala. Hupsch. Hupsch. Der hat nicht gemessen. Wie viel schreit. Der hat nicht gemessen. Ich schreit. Der brühe, ich schreit gerade. Ich schreit gerade. Ach's für C einstatt. Fang. Einmal draufhalten. Hurtsohn. Hupsch. Habe ich gesehen. Boah, Alter. Oh, Mann. Wie der Nuss des mal so prämium, ey. Ha 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 Kletzler Hedrop Suchet uns einen Oh Leon das war so awesome in der Ex-Zeit alter Das war so Nubig ey Ich hab wieder zu früh gemetzt Ich hab gar nicht geschrieben Achso, ich hab was nachladen Ja und ich hab geschrieben Hä? Achso Na ja bei B ist er allerdings Alter dieser Rechtsklick Da oben auf dem langen Steg war er bei B. Hinten im Kielern ist hinten bei... Wieso bin ich das? Willst du wissen, was ist das denn? Weil ich so ein Schot wär. Komm Alex! Ich sah links, rechts, aber ich bin ja auch nicht. Der ist rechts vor mir, Feldo. Aua, da war ich drin. Ja, aber es gibt ja keinen Teamkill, also... Rechts, Kilian. Na Kilian! Da, ey, B. Ach, da warst du Leon. Ich war ja, ich war über dich. Boah! Boah! Ja, aber... Aber du fasst! Und die anderen haben wir noch verlieren, P. Ohhhh! 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 Komm Alex, was machen wir? Ohhhh! Ohhhh! Ich bin geflasht! Ich... Wie ist das denn? Hahaha! Das steht da oben drauf. Ahhhh! 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 Ich komm nicht da rein! Ach, da hinten geht's durch! Ach, da hinten geht's durch! Ach, da hinten geht's durch! Ich muss echt mal mit MW2 mehr rumschwimmen bleiben! Oh, Juhu! Mama! Ah! Ah! Hilfe! Der ist irgendwo auf einer Seite. Irgendwo, keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ah! Ich bin weg! Der ist irgendwo in der Halle drinne. Bei... Bei B. Woo! Jetzt ist er bei A in der Halle drinne. Bei der großen, ganz großen Halle. Der ist bei B, Junge. Kannst nicht richtig lesen, oder was? In der Halle drinne, der hat doch wieder kommt. Huuu! 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 Heuuu! Huuu! 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 Der defuse! Der defuse! Das Ninja defuse! Komm mir an! Die Waffe war leer! Was? Easy! Easy! Nochmal! Alter! Ja! War eindeutig klar! Ja! Total! Ja! Bitte nicht lang! Okay! 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 Schatz! Schatz! Das ist so geil! Okay! Ich habe mir aber auch gerade das Video im Kopf, Alter! Okay! Ach, fast gekommen darüber zu, keine Ahnung... Das Ding, wo vorhin war! Das Ding, wo vorhin war! Ja! Ey, ich habe keinen Plan vor dem Scheiß Spiel! Okay! Ich mach nur mal... Das... 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 Das ist ein Facebook, das wurde schon in drei Milliarden YouTube-Videos verwendet, Mann! Okay! Das ist sowas von Diskriminierung von Flüchtlingen! Nee! Flücht... Kennst du das jetzt? Okay! Doch! Kenn ich! Aber deswegen sag ich ja, es ist flüchtlingsfeindlich! So flüchtlingsfeindlich! Weil das einfach total doof ist und weil das alle lustig finden! Ach! Okay! Botze! LOL! LOL! Ach, komm! Alter, liegt der da rum, oder was? Das ist so typisch, irgendein Scheiß, ich muss jetzt mal so wie Dings machen, ey! Wie Marcel die ganze Zeit rumliegen! Dein Ernst? Alter, Alter, ist kein Scheiß! Dein Scheiß Ernst! Alter, ey! Du beschwert sich immer kein Fein-Multiplayer, ne? Ja! Mit einem fetter Huhn, so! Ja, ist mein Ding verleidigend! Multiplayer warte immer nur am Spawn! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was? Warte! Du bist mein Geflasht! Oh! Mami! Oh! Hast du ihn? Nein! Oh! Oh! Ach, wie du essest! Was? Ich dachte, du hast ihn halt nicht bekommen! Ja ich kann doch nicht richtig anvisieren! Oh! Ich hab nicht mal gesehen, das ist ein Hulensohn, Mann! Ich blende auf B, A, C, D. Nimm E! Das reicht zwar B. Die Bombe wurde fertig! Ah! Wir haben die Runde verloren, aber es ist nicht vorbei! What the fuck? Ops, falsche Waffe. Okay. 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 Boah, hier geht's auf die Eier. Wie, Fahrt? Okay. Ich trage die Fresse. Ich finde das so geil. Okay. Okay. Das ist ziemlich klein. Oh geil, das ist für die. Eta. Wer ist denn da immer in der Mitte, Mann? Niemand. Nein! Das kam da grad schon wieder an der Flasche. Nein! Jetzt hast du dir gerade alles eingebildet. Nom nom nom. Was? Hab ich mich grad erschreckt, Alter. Hast du das nicht erschrocken? Wollte ich auch grad sagen. Ach, das ist erschrecklich. Grammatikfreak. Pfff. Entschuldigung, deutsche Leistungskurs 1. Ja. Leistungskurs 1. Leistenkurs. Ne, Leistenbuch. Wo? Woh-oh-oh-oh-oh-oh. Wo seid ihr denn da immer mit dem Fotfen? Hier. Alex! Sag. Ja. Ich will doch mal da... Wo ist denn... Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Der ist los. Ah! Ja, das bleibt mir nicht besonders lang, das bleibt mir screen. Okay. Bob, ja, ich schnack dir dein Pässe ein. Okay. Wo ist Patrick? Hier bin ich! Hoppla! Oh mein Gott, hoppla! Nein! Hoppla! Halt's Maul! Hoppla! Okay. Okay. Boah! Du schwitzt so kalt, Alter. Hier, Alter, du bist wie ein Junge, du bist von der Epileptiker, Alter! Hier kannst du einen Epileptiker abholen. Wow! Kommt da irgendwie durch die... Durch Trauster in der Mitte. Halt! Ja! Da! Boah, das wird gar nichts vom Überhauptmann. Ein bisschen. Hoppla! Okay. Jetzt hat die Folge... Okay. Oh Gott. Am besten auch mal für diesen einen Epileptiker von den Typen, wie du das sagst. Aber nach jedem okay. Ist so. Ist ja doch geil. Na, schnallt aber nicht. Iso-Thing. Okay. Boah, Alex, du tut mir jetzt schon leid. Das ist doch easy, Mann, ey. Okay. Ich bin einfach ne Dings ein, nehme mir von Marcel ein Foto und mach das überall hin, dasy will ich noch nicht nur. Woah, Alex wollte ich gerade messern. Oh god, Alter, das zieht noch irgendwo men kleinen Kopf, ey, und trifft den einfach instant. Ich hab euch die ganze Zeit beobachtet 3G1 Confirmed Ja Oh Gott oh Gott Ich hab ihn sogar Ich wollte allgemein runter Ich hab ihn eingeschossen Immer dieses männliche Schreien So tief auch Als Frage War das sowieso schon vorher so tief Oder ist das erst durch mich so tief gekommen Ja Ne weil ich jetzt grad gesagt hab Von wegen so ja die Folge wird jetzt Besonders komisch und ich bin das erste Mal jetzt wieder dabei Nach längerem Da hätt ich besonders viel Leute oder so Was ich das für 5 Minuten gelabert hab Alter Okay Ach Fass Fick dich Alter ohne Spaß Alle sind hinter dir Ach danke jetzt weiß ich dass Alex vor mir ist Zeig ihm halt am besten direkt Koordinaten Äh äh Positionsangaben genau alter Wer ist bei Ja ich weiß wovor ist HAAH Ich war eigentlich jetzt wo ist er hingelaufen Nein ich hab mich genau zur falschen Seite gedreht Ja der ist unter dir Ah das geil ist über mir wahrscheinlich Dass es nicht so Schaden gibt Ja genau Hä? 1,2,3 Einfach sprayen Ah ist halt noch so ne Waffe mit der man Äh wo? Marcel da kommst du nicht runter Wollte ich nicht aber ich hab geguckt ob der da langläuft Oh man äh Das war's der War's der? Ja Ja Marcel meine ich Oh Oh Also ich bin schon in der Mitte der Map Wo seid ihr? Ich bin schon im Spawn des Gegners Jürgen 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 Ich bin aber im eigenen Spawn Camper Das war der Typ Hä? Ein richtiger Camper Dude Boah Kilian Das ist immer so alles wüsste für Controller spüren Ah Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wir alle zählen auf mich Da war das Wo auch hängen wir hatten zu werden? Ja was war das denn? Was war das denn? Der hat meine Handgranate Der hat meine Handgranate Der hat meine Handgranate Ja das nervt irgendwann einfach Suche für unsere Stelle Ach und einfach laut Metal drüber Habt ihr Teamkiller an? Ja stimmt Nein Oh Scheiße ich wurde gerade Messer Ich hab die Teamkiller nicht rum Ich hab beide gerade Messer Das ist der Leben HAAA Na Kilian Lull wie hab ich dich zu mir bekommen? Da warst du zu tot Als ob Der ist irgendwo da in so ne Garage so Wer stinkt da oben? Wer stinkt da oben? Wer stinkt da oben? What the fuck? Du wirst behindert was ey Ich stink nicht so viel Ich muss nachladen Und wo? Der ist oben ne? Ja ist irgendwo auf dem Dach Genau da Ja ich hab die Hände noch gesehen Aber ich muss nachladen Ich muss nachladen Der sind Der sind Der sind Das sind die Dinge Ja Wir beide grüne Dinger direkt auf mich zeigen Wenn du sagst Füge es an Digga Campen Scheiße Da kommt irgendwas auf A. Könnte P er sein. Fang! Ich werfe eine Handgranate, ich werfe eine Handgranate, ich werfe eine Handgranate. Oh! Mann, ey! Ich schaue schon extra in den Reim, weil ich genau weiß, wo er ist, Mann. So! Achso! Nur noch 4, ey, ey. Ich muss die Waffe wieder wegschauen, Alter. Ich komme mit der UMP klar nicht. Gar nicht klar. Aber es ist einer der besten Waffe. Trotzdem komme ich damit nicht klar. Danke Pia, dass du geschlossen hast, by the way. Das werde ich wahrscheinlich gestürmen. Ich will gerade einen Zup nebend, Leute. Renten wir immer vor, ich komme gleich nach. Ich mache doch eh nix, oder? Hallo? Hallo? Ha! Guten Morgen! Alter! Er springt um die Ecke wie so ein... Was da? Was da? Ich bin hier die Bongo, ja? Ich bin die Bongo. Ich bin die Bongo. Hallo, Pia. Du machst das, Alex! Alex, du machst das! Kann ich irgendwie Dingsbombe... Ne. Du siehst ein! Du hast einen gesehen, Alex! hat er nicht, er hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen. Das hast du dich nicht gesehen! die Bombe ist auf B platziert Ne A Da kannst du mal aufhören die Bescheidtipps zu geben, Alter Ne Ok Hinter dir Manno, ich bin grad ganz oben umgelaufen Musst du ja die Vektor nehmen, Alter, ohne die Vektor geht nicht Ja, Vektor ist ja auch ne Dreckswaffe Die ist voll geil Nein, ist sie nicht Ich find sie voll geil Also ich mag die HVK Wenn ich da jetzt ne Fleisch hinwerse, bist du geblendet? Wenn ich Fleisch wirf, dann bin ich geblendet Ich hab Fleisch verstanden Jungs Ich hab Fleisch verstanden Warum jetzt ne Runde Fleisch? Wär auch schon geil Ach komm, YOLO Äh, das hab ich nicht gesagt Meinst du jetzt Fleisch oder YOLO? Ähm, Salatbrötchen Ah Ui Ja, das ist wirklich Boah, geklettet Fick dich Fotze Nein Den Kopf gekriegt, Alter Lieber, schieß auf mich Geh weg Auf, frick dich, von wo? Schieß einfach mal drauf, vielleicht krieg ich was Ah, der kriegt Dankeschön Ich wollte da unten Loll Kann ich jetzt in Ruhe hier Ah, der! Wieso stirbst du nicht? Wo ist denn der Kleine? Ja, der war doch voll in dem Gang drin Da wo du... Da wo gerade Marcel reinguckt Wow, wow What? Genau Also Marcel hat ihn Okay Okay Alter, das gibt's da nicht Was ist denn jetzt los? Ich hab keinen Plan, wer wer jetzt übrigens Ich nenn irgendwelchen Namen, ob das richtig ist Bravo, Delta What the fuck? Das wird schubt Ach ja, ich hab ja noch ne Zeitwaffe Hält mir ja früher auf Ja, bisschen dumm, um Leithaus Ach! Ja, kacke Bin ich hier Äh Nein Ich schmeiß'n das so behindern Granaden Ja Hör, wieso bin ich allein? Ich bin auch nicht gestorben Ich bin gestorben Ich bin gestorben Lol Boah, wie Alex da wirklich überhaupt keinen Kill hat Was? Ähm, Alex Pierre, das ist euer Channel, ihr müsst noch was sagen Was ist denn hier los, Alter? Ja Oh, ähm, ja Ja Also, ich bin jetzt hier nicht allein Unterhalter, ne? Hallo Ach, man muss nichts sagen, Mann Das ist ein Witz, weil Ja Oha Boischi Es wär aber cool gewesen Grices aber die zeit wird knapp ich dachte anfang dv braun hätte geschrieben aber was ist von der folge bis zum nächsten mal